Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, endlich mal wieder ein Video. Ich hoffe, einige von euch freuen sich, dass es endlich mal wieder ein Video kommt. Ähm, naja, freuen. Ich habe schon lange keine Videos mehr gemacht, das liegt halt einfach auch daran, dass es einfach mit der Schule auch viel ist und ja. Aber ich kann jetzt wieder voll und ganz für euch da sein und werde mich jetzt auch ein bisschen mehr bei den Videos anstrengen. Da ja morgen der letzte Schultag ist, dann sind erstmal Pfingstferien und ja. Ich glaube, ich fange dann jetzt einfach mal an und zwar habe ich heute ein Dies- oder Das-Tick für euch. Und ja, okay. Die erste Frage. Ähm, lieber im Laden kaufen oder bestellen? Also das ist jetzt mein Braille. Ähm, im Laden, weil man dann einfach, ähm, die genaue Übersicht hat, wie die Pferde dann aussehen und ja. Ähm, Tradi oder Classic? Auf jeden Fall Tradi. Ähm, Othello oder Ruffian Mold? Äh, ich mag beide sehr, aber mir gefällt das Ruffian Mold einen kleinen Tick besser, weil ich finde, er ist einfach mehr in Action und ja. Der Othello Mold ist aber auch ganz schön. Dann, ähm, die Pferde lieber im Regal oder Stall. Ich im Regal, da bekommen sie erstens weniger Macken und zweitens sieht man sie einfach besser. Aber, ja, ähm, Tag selber machen oder kaufen? Äh, kaufen, weil ich kein Tag machen kann, weil ich daran einfach grottenschlechten wie in diversen anderen Dingen. Ähm, eher sammeln richtig oder nur mal für eine Zeit ausprobieren und dann gar nichts mehr machen. Ich lieber sammeln, weil wenn man einmal bei Briar ist, dann kann man nicht mehr aufhören. L, S oder F, S, L, S. So, jetzt kommen nur Fragen mit, ähm, so diversen Bayern. Secretariat oder Frankel? Secretariat. Summer oder Winter? Winter. Bouncer oder Icicle? Bouncer. Ruffian oder Puku? Ruffian. Heartbreaker oder Cosmic One? Cosmic One. Morgama oder Cedric? Das ist klar, Morgama, weil er mein absoluter Holy Grail ist. Ich liebe ihn. Und Vapiti oder Ravel? Ähm, Ravel. Ja. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Dies oder Das Tag. Ich weiß, sehr, sehr kurz. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und, ja, dann macht euch noch einen schönen Tag. Eventuell kommt heute noch ein Video, aber ich weiß es noch nicht. Ja, dann, wie gesagt, macht euch einen schönen Tag. Tschaui und Jum.